Das Schwierigste für einen Menschen ist es, jeden Tag als ein Mensch zu bleiben. Für beide scheint es keinen Platz mehr zu geben, weder für den alten Schneeleoparden Javas noch für den unabhängigen Journalisten Asen, der gegen Oligarchen und Fanatiker anschreibt. Das ist ein Meisterwerk des kirgysischen Autors Cengiz Aitmato, der alte Mythen mit neuem Leben erfüllt. Rudolf Mettinger, österreichisches Magazin Wien. Lesen die Werke von Aitmato.